Ok, ich weiß schon was Eyck machen wird. Nein. Ausnahmsweise mal nicht. So, ähm. Das ist Benzin für Verschwendung, aber gut. Ich weiß. Jetzt muss ich mir den Besuch mal angucken, hallo? Eyck, mach die Tür zu! Hier ist doch niemand! Hä, was habt ihr denn? Mach die Tür zu! Oh! Mach die Tür zu! Du Rammler! Nein! Eyck! Verrückt! Was ist denn da draußen? Komm mal auf die andere Seite, dann siehst du was da draußen! Eyck, äh, ne, ihr, Seibert! Gib mir dein Haarspray! Ich geh jetzt richtig... Ich hab einen! Was ist denn dort? Geh mal auf die andere Seite, wie gesagt! Die haben grad Bock, du! Die haben grad absolut Bock! Geh mal auf das, was da ist. Forth! Mormat! WTF?! WTF?! HALTER! Wer hat darauf erstmal einen Molotow?! Haha! Boah! Ich hab die besten Sneaker! Ja... Alter, wir werden grad schwindelig! Hey Leute, was geht ab? Warte ist Party! Ah! Der ist hier oben! Oh Gott! Was? 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 Ich war gerade im 14-Minus, Alter! Diese Tricksack! Was? Blöder! Ich bin in meinem Haus, ich komme nicht mehr raus, nein! Wie ist denn da hochgekommen? Jo, Tybox, komm nach unten in meine Hütte! Vor allem, wie kommst du hier runter in deine Hütte? Ähm, außen rumlaufen, vorne runter springen. Hey! Aus! Böse! Solche Drecks bleiben, komm mir gar nicht ins Ass ins Haus! Zu spät! Hier! Noch einer! Alter! Nein! Ich hänge dir mal ein schönes Geschenk hin, ne? Ja! Sitz! Dieser war glücklich! Jetzt hat dein Herz! Atme, ne? Was ist dein Herz! Ich bin dran, dein Herz! Ich bin dran! Was ist dein Herz! Dαι! Ja, das ist dein Herz! Ah! Nein! Nein! Geh weg! Was hast du gemacht? Sonic! Raus! Komm wieder rein! Kommt noch... Küh? Au! Vor allem hier... Erschreckt mich doch nicht so! Boah, ich dachte jetzt, sie kommt eh da mit so nem Schädel aufm Rücken hinten... Äh, äh, von... Naja, wisst schon... Alter, ich... Ich entsorg jetzt! Rübe mein Balkon aus, sicher ist sicher! Was ist der Shit? Es fehlt ein Rüstungsteil... So, jetzt hab ich wieder alle... Ähm, Elvin... Hm? Wie viel Rüstung hast du an? Gar keine! Komm mal, ja? Ich hab auch gar nicht... Ich auch nicht! Alle runtergeschlagen... Ich hab ne komplette Gilly-Rüstung fertig... Ja, weil irgendjemand drei Türen aufgelassen hat... Danke! Warte, 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 warte... Ich hab drei Teile... Den kannst du haben... Die kannst du doch alle zusammen... Nee... Oder? Nee, es geht immer nur ernst... Na doll... Äh, danke... Wenn ich dir welche vorbeibringe... Fucking ernst! Hä, Ike? Ja? Wie hast du deine... Deine zweite Etage gemacht? Na, wo ich deine Tür ausgebessert hab... Und... Ähm... Hier, wie hieß da... Äh... Clay sein Fenster... Hab ich mir dafür ein Loch in die Decke geschnitten... Achso... Loll... Gut... Sieht aber geil aus von hier oben, ne? Ja... Ich hab alles im Blickfeld... Vor allem wenn die Mutanten kommen... Ja... Aber ich müsste hier unten endlich mal anfangen einzuräumen... Apropos meine Hasenfallen... Ist nix... Sooo... Tyrox, du wolltest in die Höhle gehen? Ich geh nicht mehr aus meinem Haus, ihr seid gemalt... Richtig so, du brauchst das... Ich weiß halt nicht... Hm? Wie ich mal ne zweite Etage machen soll... Keine Ahne... Äh... Ich kann euch gerne später auch... Ein Loch in die Decke schnippeln... Achja je... Pfff... Gemein... Ja... Ohja... Bleibt mal... Oh, das ist gut... Ein bisschen aufwärme... Ich setz erst mit, dass ich Kälte... Frost hab hier... Ja... So... Ich weiß gar nicht was ihr habt... Also... Ich wär bereit für Höhlentour Nummer... Wo... Wievielte Höhle besuchen wir jetzt eigentlich? Zweite... Keine Ahnung... Ne... Eins... Zwei... Das ist jetzt die dritte... Wir haben hier die verbessert... Äh... Die moderne Axt auch aus ner Höhle... Wann seid ihr denn die moderne Axt holen gegangen? Hä? Weil du offline gegangen bist... Genau da wo wir die holen wollten... Genau... Ist gemein... Ich bin jetzt gemein... Ja... Äh... Cybert... Du kannst gerne alleine in die Höhle gehen... Wo es die gibt... Frag mich aber nicht welche das war... Ist es hier drin warm? Ne... Komm zu... Komm zu mir... Kuscheln... Tyrox kann ja mitkommen... Oh... Oh... Okay... Eik? Ja? Immer schön... Nebeneinander... Okay? Äh... Das sah ganz... So merkwürdig aus... Warte... Oder? Das ist doch mein Deutsch... Warum hast denn du... Warum hast du Alkohol an deinem Speer? Ach... Das geht auch! Ich... 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 Scheiße... Ich habe keine Stücke... Haben wir die Höhle schon erkundet? Nein... Ich glaube nicht... Ne... Die sind doch nicht weg... Ich warte bis ihr wächst... Warum hast du vor? Der will mal eine Tür falsch rum bauen... Das war echt nicht nett von dir... Ich... Träume mich erst aus dem Haus... Um was... Farben zu gehen... Wenn ihr weg seid... Ne... Du kannst gerne mit in die Höhle kommen... Ne... Sind schon alle da? Ja... Ich höre was strampfen... Ja... Ich weiß schon... Warum ich rumschleiche... Und ich weiß schon... Wieso ich nicht mitgehe... Ich glaube das ist ja oben... Oder? Das ist unten... Äh... Das ist oben... Das ist oben... Ja... Ne... Äh... Seibert... Ist mir egal... Du kannst doch mitkommen... Ich denke auch... Ich hab Angst vor so nem Mutanten... Wenn die Base zu ist... Ja... Wer sagt denn, dass sie zu ist? Wer sagt denn, dass ich nicht gerade die Ausgänge kontrolliere? Stopp! Stopp! Brenne du Schlampe! Rauspiepsen... Nö... Drinnen lassen... Stich... Zack... Als Titel verwenden... Eigentlich wusstest... Du hast ihn trofen gelassen, oder? Warum? Hä? Ich bin der Höhle... Ich will die Kleidung! Hä? Ich schnapp's Geld... Hä? Ne, ich hab mich vertan... Das war doch zu... Siehste... Wenn du schon sagst... Ja... Woher willst du... Oder... Woher willst du wissen, dass die Eingänge zu sind? Da bin ich mir nicht so sicher... Ob du einfach... Hier... Kommt mal her... Hier ist ein Bein vom Roboter, was wir brauchen... Der hat schon mal... 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 Oh, noch mehr Geld... Vor mir ist die... Dings... Ach, weißt du was... Ich hab keinen Bock draußen allein zu hocken... Was ist da? Die Sprühflasche liegt hier vor mir... Nein... Echt nicht? Nein... Oh, da hab ich die schon mal aufgesammelt... Ich glaub... Die hab ich schon... Doch, die hab ich... Okay... Stoff... Ah... Money... Money... It's so funny... Wenn mir ist aufgefallen... Hier gibt es sauviele Loot drin... Hier ist noch ein Bild zum Aufhängen... Was? Wo? Hier im Bild... Hier im Bild... Open up! Mann kann der gut malen, du... Richtiger Künstler... Überhaupt nicht ironisch gemeint... Du konntest ja den 1 bekommen... Echt? Mhm... Au... Lass den mal machen... Gerade... Hey, ich sammel Stoff... Boah, der kommt viel zu nah... Das tolle ist ja... Für mich aktiviert, ne? Boah, ernsthaft? Das ist halt von hinten an! Das... Okay... Dem geht's gut... Hier liegen... Goldzähne... Den nehm ich dir... Den nehm ich mit... Ach, die kann man ja... Boah, so viel Stoff... Alter, wieso leckt denn das bei mir so hart? Weil hier so viel Stoff ist... Was? Au... Oh... Hier geht's runter... Noch weiter... Herz... Ja, da... Ne, ich hab ne Taschenlampe... Ich bin glücklich... Ich auch... Ja, ich muss ausmachen... Ich geh dann mal hoch, ne? Alles klar, tschüss, tschüss... Alles klar... Alles klar... Ich leuchte dir ins Auge... Gute Taschenlampe... Habe ich die auch schon? Äh... Wo ist denn... Ah, da... Ich will mein Feuerzeug wieder... So... Alter, so leckt das bei mir auf immer so hart... So... Das liegt nicht an dem Stoff hier... Ne, ne... Ich bin glücklich... Ich bin glücklich... Ja... Ich hab überlebt... Oh... Ich hab überlebt... Au... Geil... Hier geht's nochmal runter... Ich hab halt einfach überlebt... Hast du jetzt zwei Sturze überlebt? Ja... Hä? Ja... Was hast du denn... Was hast du denn... Okay, äh... Was hast denn du genommen? Ja... Dass du das überlebst... Oh, das ist doch... Cheater... Oh... Ein Kreuz... Anbrennen... Und einfach... Essen... Ja? Oh, die Taucherausrüstung... Ah, das ist so gemein... Ich bin jetzt eh... Ganz weiter vor... Ich komm eh nicht mehr... Taucherausrüstung... Wo ist die Taucherausrüstung? Wo fände ich die? Da... Hier oben...